Applaus Dankeschön. Vielen Dank. Und ein anderer sehr traditionsreicher Titel, das heißt eine Langstieplatte, die in Amerika ungefähr seit 100 Wochen in den Charts ist und auch die Lieblingsplatte meiner Kinder ist. Mein Sohn ist elf, meine Tochter ist vor ein paar Tagen 13 geworden. Ich liebe diese Platte sehr, es ist eine etwas heißere Musik. Es ist von Iron Butterfly in der Gata Davida. Ich liebe diese Platte sehr, es ist eine etwas heißere Musik. Ich liebe diese Platte sehr, es ist eine etwas heißere Musik. Ich liebe diese Platte sehr, es ist eine etwas heißere Musik. Ich liebe diese Platte sehr, es ist eine etwas heißere Musik. Musik 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 Musik